ARD Text im Auftrag von Funk Leute, wir sind beim nächsten Pack Opening, 12.000 FIFA Points Schaut bei unserem Sponsor vorbei, auf jeden Fall rendiert sich definitiv Und wir beten natürlich jetzt, dass es ordentlich kraft, dass es was ordentliches klingelt, was ordentliches Blaues jetzt gleich vor der Tür steht Und falls ihr immer die neuesten News und Updates sehen wollt, Leute, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram Dort seht man immer interessante Bilder Zum Beispiel sowas So Bilder, ja, super Damit kraft ich wieder später mein Gesicht, läuft Und da würde ich sagen, fangt Simon direkt an jetzt Was geht ab? Hopp, da muss was drin sein jetzt Jawohl, Miroslav Klose, Alter Der wird auch zur Legende, glaub mir Wir haben ja leider zum Team of the Seasons, wo es die Türkei-Spieler zu ziehen, ich habe leider nicht gezogen Weil in Gomez, Alter, hätte ich so gern gezogen, ich hätte ihn so gern gezogen Gab's nicht Ja, der beste Typ Jawohl, Alter Versuch es ja einfach, da muss doch einfach was Blaues drin sein, Leute Aber so wird es denn, gut, ich meine, die Flacke ist blau Aber das war es dann auch schon wieder Ich würde sagen, wir machen erst mal die Augen zu hier Komm, Augen zu Es geht viel zu schnell, es geht viel zu schnell, um was das Gute ist Augen auf Vestergaard Five Starskeller Five Starskeller, Alter, Vestergaard Wir sind mit dem Kratzer, Leute Vorher die Käft gekratzt und jetzt mit dem guten Malaga-Kratzer, Alter So, komm, da muss was Da wäre schon wieder was drin gewesen, wenn das Scheißdreck Aber da ruht die wieder an den Start, Leute Das kann doch nix sein Ruhe Ja, Gammes Gammes, nicht mal Ruhe in Prax-Shakes unter uns Was legst du eigentlich immer den Stick dorthin? Kannst du mir nicht in die Hand geben? Willst du nur, dass du rauchst, oder was? Ich bin einfach vorne, kann ich mal so jetzt was dreck Oh, nass Oh, nass wie, Mann Und Ima, ich bleibe jetzt immer auf dem Gas, immer auf dem Gas bleibe Und hinne Racketisch Scheiße Hätte aber auch nix mehr bringen, oder? Ultimate neigt sich dem Ende hin, Leute Ich meine, ihr habt ja vielleicht auch mal diesen FIFA 17 Trailer gesehen Sah auf jeden Fall wieder gut aus, aber Wow, David Luiz Viel Spieler drin Bringt auch nix, oder? Ja, aber ich meine, von den Trailern wie jedes Jahr Darf man sich auf jeden Fall nicht täuschen lassen, ne? Definitiv nicht Jawohl, Leute Show Moutinho Geil So, Leute, komm Ich meine, wir versuchen euch aus 12.000 FIFA Points das Beste zu zeigen, aber Ich meine, wir können das Video auch nicht drei Sekunden lang schneiden, ja? Wenn nix Gutes drin ist Kommt schon, Leute Ich muss hier schon tief durchatmen, weil da einfach nur Kacke drin ist Was soll ich machen? Mach jetzt wohl was Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen, verdammte Scheiße? Was soll ich machen, verdammte Scheiße? Eh, den Checo Alter Nacho, Alter Hier gibt's doch ein Kino zu kaufen, den Nachschloss Ich hab mich heute gar nix Komm schon, komm schon Mike Tyson Mike Tyson, Alter, gute Mann, aber... Komm schon Die letzten zwei Pakete schon wieder, Leute Die letzten zwei Pakete Läuft... Läuft bei dir, Junge So, Alter, läuft jetzt Und... Super Gut, ein Vertragssetzplatz ist da nochmal... Was geiles drin So, Leute, letztes Paket hier Für heute Pizza Fungi Ja, Leute, würde ich sagen, sind wir schon wieder draußen, ne? Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao